Man hat nicht so öffentlich für sein eigenes Volk, wer denkt denn an die Obdachlosen? Hat jemand mal an die Obdachlosen gedacht, im Winter, wo die Tage kalt war, war da eine Frau Merkel bei den sexuellen Übergriffen? Hier war es Frau Merkel, ein Tag später. Ich rede vom 31.12. zum 1. Januar, da kann man nicht sagen, hallo, ich mache sofort eine Pressekonferenz. Drei Tage später hat sie erst besprochen, vier, hallo, vier Tage, vier Tage hat sie abgemacht. Ich habe eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen und das heißt, wir Frau Deutschland, wir sind das Volk, das verstehe ich auch.